Alle Karpfen will sich jetzt auch noch mal sonnen. Guck dir das an, der freut sich auch, dass endlich solche Temperaturen sind, er kann endlich mal wieder richtig loslegen. Ja, Tepper, dein Prachtmuhl. Volle Kraft voraus. Oder hat er was gefunden? Der Connoisseur weiß, dass er mal wieder von alleine ist, ne? Prachtkarpfen. Wie hast du so rausgefunden können? Wie hast du so rausgefunden? Wie hast du so rausgefunden? Wie hast du so rausgefunden? Wie hast du so rausgefunden?